Hey, ho und laden! Abmarsch! Gehen wir mal zum Eisen und zum Glas. Oder eher gesagt zum Glas. Eisen ist auffällig. Glas auf. Mach ich. Mach ich. Mach ich. Bin gerade in eine Aufnahme. Ganz gut. Guten Tag. Guten Tag. Alles klar bei euch. Bin in einer Let's Play Aufnahme. Kommt auf mein zweites Kanal. Mach ich. Aber soweit ist fast alles weg. Ja, oder die Fernseher das nicht testen, was er jetzt ist. Das sind doch alle weg. Wieso? Denn einer der war super. Dann kann ich die auch testen. Der ist da. Der glaube der von Watson, der ist der, der ich, äh. 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 Das musste mit der Oma klären. Das war meine Mutter. So. Oh Mann, wieso ist das Glas immer noch nicht fertig? Ähhhhh. Kennt ihr das Gefühl? Nee, okay. Bis das jetzt. Ehh. Ich hab bald kein Holz mehr. Ich geh mal grad Holz holen. Holz. Ich brauch Holz. Jungs. Ihr müsst mehr abwerfen. Ich brauch genügend Holz. Oder Holzkohle. Aber Holz. So. 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 Ähh. Entfalten. Das hält das aus. Neiiiin. Und weiter. Das sieht in echt schon gut aus. Ich bin stolz auf mich. Oder darf es sogar sein. schönes Dach. Bald. Es fällig ist. Ich hab ein Meisterwerk gebaut. Und da ist ein paar Wochen vor. Für euch sind das paar Wochen. Für mich ist es ein Tag. Neffiger Aufnahme. Neffiger Aufnahme. So. Das war riskant. Aber egal. So. Und das muss hoffentlich jetzt reichen. Das Glas. Das reichen locker. So. Ich baue es hier weiter. Dann kann es gleich abbauen. Haha. Schlau. Das ist schlau. Was ich da mach. Oh. Oh. Was. Der hell. Kann nicht echt sein. Dass ich nochmal da runter muss. Äh. Wenn das mal registriert. Ah komm. Ich hab komm Lust. Ja. Ich bin. Schlau. nicht. Wenn man keinen Bock hat auf das Holz. So. So. Einmal. Und runter. Müsse wir gleich nochmal hoch. Aber erst in der nächsten Folge. Gebt den Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Und. Ciao.